Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom AZ Sports Coaching Podcast. Let's go, let's go, let's go. Wir sind in Folge Nummer 31 und ich berichte von meinem Wettkampf, dem Battle of Schwarzwald, vergangenes Wochenende in Villingen-Schwenningen. Bis gleich. C.A. 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 Jo, 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 okay. Schöne Grüße da draußen an alle Hörer. Ich habe gesehen, dass in den letzten Wochen und Monaten die Podcast-Folgen sehr stark frequentiert gehört wurden. Vielen Dank dafür. Macht bitte damit weiter, gebt mir bitte Feedback dazu. Auch die älteren Folgen sind anscheinend interessant. Das freut mich sehr und tut mir nochmal bitte einen Gefallen, weil ich sehe natürlich, wie viele Leute hören die Podcast-Folgen und wie wenig Leute bewerten den Podcast. Also jedes Like, jedes Weiterempfehlen, jedes Bewerten, jede Show, die ihr hört und weitergebt und Kommentare dazu abgebt oder irgendwas drunter schreibt. Das hilft natürlich, damit wir den Podcast ein bisschen nach oben pushen und ich gebe euch ja hier sozusagen kostenlosen Content und auch die Rabattcodes über die Partner, zu denen wir gleich kommen. Und so könnt ihr ein bisschen an mich zurückgeben und dann bleibe ich weiter motiviert, hier Folgen aufzunehmen. Vielen Dank dafür. So, dieser Podcast wird natürlich auch wieder unterstützt von meinen Lieblingspartnern und zwar hbn-supplements.de. Ihr könnt natürlich mit dem Code COACH-AZ dort einkaufen oder auf den Link klicken in der Bio. So rum machen wir das. Dann bekommt ihr automatisch im Warenkorb den Rabatt abgezogen. Das eine oder das andere, funktioniert beides. Momentan hat HBN ja unterschiedliche Aktionen. Jede Woche sind unterschiedliche neue Produkte rabattiert. Momentan gerade. Kommt immer darauf an, wann ihr den Podcast hört. Momentan gerade diese Woche. Ich nehme jetzt auf am Mittwoch, den 5. Juni. Diese Woche aktuell ist das HBN-Diet-Protein reduziert von 24,90 auf 18,68 Euro bei 700 Gramm. Das ist ein Protein, eine Mischung aus tierischen und pflanzlichen Proteinquellen. Also eine Protein-Matrix, so nennt man das heutzutage. Und die letzten Wochen waren andere Produkte da rabattiert. Schaut immer mal rein, was im Shop momentan gerade on Discount ist. Und dann holt euch die Produkte, die ihr braucht. Ich erzähle ja hier im Podcast über unterschiedliche Supplements und was ihr davon braucht. Wobei bei uns natürlich in einem im klaren Sinn Protein brauchen die Sportler. Alle da draußen und auch alle, ich nenne sie jetzt mal Alltagsathleten, profitieren davon, den Proteinbedarf einfach nochmal zu decken. Ist ein heiß diskutiertes Thema, wie viele Proteine braucht man so am Tag. Aber ich sage mal so, je nachdem wie intensiv man Sport macht und was man für einen Sport macht, ob das eher ausdauerlastig ist oder eher kraftlastig ist, zwischen einem Gramm und wenn man wirklich krass unterwegs ist, vielleicht 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht braucht man am Tag, um den Muskelaufbau, die Regeneration, die kardiovaskuläre Leistungsfähigkeit zu pushen, zu optimieren. Deswegen da auf jeden Fall darauf achten, genug Protein in der Nahrung drin zu haben, über normale Nahrungsmittel und natürlich das Ganze zu ergänzen mit Shakes in dem Fall. Und es gibt natürlich auch das Clearway, das ist jetzt durch verschiedene prominente Influencer-Brands sehr bekannt geworden. Das gibt es bei HBN auch. Da könnt ihr euch auch ein Clearway holen, wenn ihr nicht so diesen Shake-Geschmack haben wollt, dieses dickflüssige, wobei man kann es natürlich mit Wasser trinken, dann ist es auch nicht so dickflüssig. Dann habt ihr ein Clearway und dann schmeckt es eher wie so ein Fruchtsaft, wie so ein Fruchtsaft-Getränk, so kann man es am besten sagen. Und es hat aber trotzdem eben auch die Aminos drin für die Protein-Bausteine, um eure Proteinsynthese positiv anzukurbeln, um hier jetzt mal mit Fachwörtern zu jonglieren. Ich denke, ihr wisst da draußen, was gemeint ist. Schaut, dass ihr auf die Gesamtmenge von dem 1,5-fachen, 2-fachen oder 2,5-fachen eures Körpergewichts kommt. Und dann seid ihr da safe, eine Mischung, wie gesagt, aus normalen Lebensmitteln und Pulver. Genau, also danke an der Stelle nochmal HBN, dass die mich da unterstützen. Und ich habe jetzt die letzten zwei Monate auch die Supplements von HBN jetzt für mich mal so durchtesten können. Da geht es viel bei meinem Thema um Regeneration und natürlich auch Performance-Verbesserung. Und Regeneration ist ein gutes Thema. Ich berichte einmal über den Wettkampf am vergangenen Wochenende. Und der Wettkampf nannte sich Battle of Schwarzwald. Der hat in Villingen-Schwenningen stattgefunden, also so ungefähr eine Stunde 15 von mir entfernt. Und das war ein sehr cooler Wettkampf. Also ich kann gar nicht sagen, wie cool ich den Wettkampf fand. Ich bin total im Schwärmen gewesen. Das hat schon angefangen mit der Informationsflut an E-Mails, die wir bekommen haben, bevor der Wettkampf überhaupt stattgefunden hat. Also der war jetzt, wie gesagt, vergangenes Wochenende, 31. Mai und 1. Juni. Ich bin in der Kategorie RX angetreten. Also RX ist ja in dem Fall die höchste Kategorie, wo man die meisten Skills eben beherrschen muss oder alle klassischen Crossfit-Skills beherrschen muss und auch die höchsten Gewichte hat. Ich bin ja normalerweise in der Masterclass unterwegs, wenn ich in den Wettkampf reingehe. Das heißt Masters, manchmal ist es 35+, manchmal ist es 40+. Und da gehen dann teilweise die Gewichte schon manchmal runter. Wir machen meistens bei den Wettkämpfen die gleichen Workouts und haben auch die gleichen Skills, aber wir dürfen schon mit den Gewichten ein bisschen runtergehen. Das ist einfach so der Prozess, den die Crossfit-Welt so in den letzten Jahren bereitgestellt hat, dass die Open Class oder die RX Class die eben die höchsten Anforderungen hat. Und ab, ich lasse mich nicht lügen, ich glaube aber ab der zweiten Masters-Kategorie, also ab 40, haben wir auch die gleichen Workouts und haben dann aber ein bisschen weniger Gewichte. Also zum Beispiel bei, ich weiß nicht, wenn jetzt in den Workout-Snatches dran kommen und die RX-Kategorie hat 60 Kilo, dann haben wir 50. So mal als Unterschied, aber wir machen natürlich trotzdem alle Skills. Wir machen auch High-Level-Skills, genauso wie die Open Class auch, wie Handstand-Walk oder Bar oder Ring-Muscle-Ups oder so. Also da wird kein Unterschied gemacht. Das ist dann nochmal später der Fall. Ich glaube, mich zu erinnern, dann so ab 55 gehen dann die Skills auch nochmal runter. Das könnt ihr aber alles, wenn euch das interessiert, dann nochmal ein bisschen nachschauen, weil man sieht es ja für all diejenigen, die immer die CrossFit Open mitmachen, da gibt es ja die unterschiedlichsten Kategorien und da wird ja auch runtergescaled und dann geht es auch um Altersgruppen. Also die Open-Altersgruppe, soweit ich weiß, ist von 16 bis 54 und ab 55 ist dann das Workout ein bisschen anders gestaltet. Kleinere Wiederholungszahlen oder leichtere Übungen, weniger Skills. Weniger Gewicht, definitiv. Das hat sich so etabliert. Und dadurch, dass es aber bei diesem Wettkampf nur drei Kategorien gab, also Scaled, Intermediate und RX, habe ich mich einfach für RX angemeldet, weil man kriegt ja dann immer auch eine Information vorher, welche Gewichte sollte man bewegen können, auch für mehrere Wiederholungen, welche Skills soll man beherrschen, damit man sich in der richtigen Kategorie anmeldet. Und das hat ganz gut gepasst, deswegen habe ich das gemacht und kannte auch von den Teilnehmern vor Ort, von meinen männlichen Konkurrenten tatsächlich niemanden. Das Coole war ja, dass das wirklich mein erster Wettkampf war, den ich in Deutschland gemacht habe. Also mein erster Individual-Wettkampf, den ich in Deutschland gemacht habe. Deswegen war ich auch, ja, habe ich mich sehr darauf gefreut, weil in Süddeutschland, muss man wirklich sagen, gibt es viel weniger Wettkämpfe als so ab Frankfurt nach oben Richtung NRW und Richtung Schleswig-Holstein und so weiter. Da habe ich das Gefühl, da finden fast jedes Wochenende kleinere oder auch größere Wettkämpfe statt. Und in Süddeutschland eher weniger. Also deswegen war ich sehr froh darüber, dass Battle of Schwarzwald da ausgerufen wurde und das Team um Vera, Johanna, Dirk und Jan, das sind so wohl die Hauptpersonen, die das organisiert haben und die auch vor Ort natürlich waren und das wirklich einen sehr guten Job gemacht haben und sehr freundlich waren. Und wir haben uns da echt cool ausgetauscht. Ich bin mit dem Tobi da gewesen, einem Trainingskollege aus der Box bei uns, der teilweise bei uns in Gerlingen trainiert und teilweise auch in Karlsruhe trainiert, weil er da immer hin und her pendelt. Und wir sind da hingegangen, Tobi ist in der Intermediate-Kategorie angetreten und ich Rx und so konnten wir uns gegenseitig immer anfeuern, weil er immer ein, zwei Heats vor mir dran war und ich dann danach. Und das, also er war auch begeistert. Das ist wirklich eine kleine Box gewesen, integriert in ein großes Fitnessstudio, also so ähnlich wie bei uns. Und klein, meine ich glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, haben sie gesagt, 250 Quadratmeter. Alles ausgestattet von Ilaiko. Sehr hochwertig, sehr, sehr cool eingerichtet. Wirklich die wenigen Quadratmeter sehr gut genutzt. Die sind wohl innerhalb des Gebäudes umgezogen. Letztes Jahr hat dieser Wettkampf ja zum ersten Mal stattgefunden. Und da war die Location noch zwei Stockwerke weiter oben. Und das war jetzt unsere Warm-Up-Zone. Und jetzt war das unten ebenerdig. Und ja, dann haben sie die Lanes eingeteilt. Ich glaube, es waren acht Lanes. Sechs oder acht Lanes, bin ich mir ganz sicher. Und dort wurde man eben dann, ja, mit den Workouts begeistert. Also vielen Dank an das Team um die Box. Jetzt schaue ich nochmal ganz kurz. Ja, Crossfit Hauptwerk Fillingen. So nennt sich die Box. Und wie gesagt, Battle of Schwarzwald zum zweiten Mal hat es stattgefunden. Wir waren an zwei Tagen dran. Am ersten Tag war wirklich sehr spannend. Ein sogenannter Baby-Triathlon war dran. Wir durften im Freibad das erste Workout machen. Es nannte sich Schwarzwald-Naturfahrt. Und ja, so hat man ein bisschen die Gegend kennengelernt. Die Temperaturen waren nicht so gut, aber sie haben es trotzdem durchgezogen, was sehr cool war. Da durften wir so einen kleinen Triathlon, wie gesagt, machen. Es hatte wirklich, Ende Mai, es hatte zehn oder elf Grad. Es hat durchweg geregnet. Und das Becken war ein bisschen beheizt. Wir durften schwimmen. Das wussten wir vorher auch. 250 Meter schwimmen in einem 50-Meter-Becken. Und danach durften wir 6000 Meter auf einem Bike-Ergometer fahren. Das war dann überdacht. Und am Ende durften wir noch zwei Kilometer im Wald rennen. Und das war das komplette Event. Es gab kein Time-Cap. Und das war das Freitagabend-Event. Das hat bei mir um 18 Uhr dann stattgefunden. Und da habe ich so knapp 33 Minuten dafür gebraucht. Und meine Schwimmvorbereitung, schwimmen, ist ja hier im Podcast ein längeres Thema schon. In den ersten Folgen habe ich das ja schon mal angefangen zu thematisieren. Und auch in unterschiedlichen Posts. Und ja, das war eine gute Weiterentwicklung. Und jetzt durfte ich zum ersten Mal unter Beweis stellen, ob ich auch 250 Meter am Stück schwimmen kann. Ich bin sehr dankbar darüber, dass die letzten Schwimmeinheiten, die ich hier in Leonberg im Freibad gemacht habe, dass die bei fast ähnlichen Temperaturen waren. Also da war es auch so 10, 15 Grad. Und es hat immer geregnet. Und es hat sich an sich alles sehr ähnlich angefühlt wie die Trainingsanheiten. Wusste ich natürlich vorher nicht. Ich bin da zwar nie 250 Meter am Stück geschwommen, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, wusste ich das noch nicht, dass das die Strecke sein wird. Wir wussten zwar, dass wir schwimmen dürfen, aber wir wussten natürlich noch nicht, wie viel. Und dann war es, es wurde kurz vorher dann announced in der Woche davor. Und dann, ja, da war ich dann schon im Regenerationsmodus und habe dann auch keine Trainingssession mehr gemacht. Muss sagen, ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht um dieses Event. Wie läuft das ab mit Schwimmen? Habe ich genug Luft? Kriege ich das gut hin? Und es hat wirklich gut geklappt. Also deutlich besser als letztes Jahr in Belgrad. Und die letzten Einheiten, die haben wirklich nochmal geholfen. Da ein bisschen Sicherheit reinzubekommen. Die Fahrrad-Session war komplett unspektakulär. Also da habe ich mir zwar auch Gedanken gemacht. Bike Erg, weil wir haben bei uns in der Box kein Bike Erg. Bike Ergometer von Concept 2, so wie die Rudergeräte und die Ski Ergometer auch. Also kein Assault Bike. Die 6 Kilometer, ja, habe mir vor ein paar Tipps geholt, in welcher Pace man da rudern, sorry, in welcher Pace man da Fahrrad fahren soll, treten soll. Und das war nach dem Schwimmen cool. Also es war gut. Da ist ja auch die Luft gar nicht so limitiert. Das ist dann eher sehr, ja, muskulär zu spüren, Kraftausdauer. Und dann steigt man mit wackeligen Beinen eben vom Fahrrad ab, nach ungefähr so 11, 12 Minuten. Und läuft dann nochmal 2 Kilometer. Und da habe ich mir dann am Ende nochmal, ja, zwei Kontrahenten geschnappt, die vor mir vom Fahrrad gestiegen sind. Und es hat natürlich Selbstvertrauen gegeben, da nochmal Luft zu haben am Ende für die 2 Kilometer. Ich bin zwar nicht sicher, in welcher Pace ich das gelaufen bin, aber das kann man ja alles nachrechnen. Das hat sich auf jeden Fall die ersten paar Meter ein bisschen ekelhaft angefühlt. Seitenstechen und kein richtiger Rhythmus. Und man ist einfach das Ding abgelaufen. Und luftmäßig ging das dann gut, nachdem das Seitenstechen dann so nach 400, 500 Metern weg war. Und dann die letzten 1,5 Kilometer konnte ich sogar noch ein bisschen, hatte ich noch ein bisschen Reserven, konnte eins draufsetzen, weil ich beim Schwimmen wirklich vorsichtig vorgegangen bin, weil ich eben nicht wusste, wie es mit der Luft läuft. Dann, ja, da bin ich ganz zufrieden gewesen. Und dann sind wir so in den Freitagabend dann rein. Und am Samstag war dann der offizielle Tag der Competition, wo dann auch die Skate-Athleten angetreten sind. Die hatten nämlich diese Naturfahrt, die hatten das nicht dabei. Und dann kamen drei knallharte Workouts. Also tatsächlich wirklich sehr gut programmiert, sehr ausgeglichen, klassische Crossfit-Workouts waren da dran. Es hat morgens angefangen, ich glaube, ich war um 11 Uhr dran, mit einem, wie ich finde, sehr anspruchsvollen Workout. Da waren Front Squats mit 80 Kilo, Bar Muscle Ups, Clean & Jerks auch mit 80 Kilo. So ein 4-Time-Workout und dann anschließend direkt 6 Minuten ein komplex Clean Hangling und Shoulder-to-Overhead. Also relativ flexibel. Da stand jetzt nicht dran, dass es ein Squat-Lean sein muss. Da stand auch nicht dran, dass es ein Jerk sein muss. Das ist natürlich dann darauf hinausgelaufen, weil man mit dem Gewicht schon hochgegangen ist. Und das war ein Workout, das währenddessen sehr ekelhaft war, allerdings sich sehr gut ausgezahlt hat für mich. Da bin ich gut durchgekommen. Die Beine waren sehr müde, wahrscheinlich auch vom Abend davor und von den insgesamt 27 Front Squats und dann noch 15 Clean & Jerks. Und die Bar Muscle Langs haben super funktioniert mit den Grips und dem Technik-Training der letzten 6 Monate, wo ich dann nochmal meine Kapazität wirklich verbessern konnte. Ging sich das wirklich gut aus, konnte das Workout finishen, hatte nur ein paar Sekunden dann Zeit, um mich dann auf den Lift vorzubereiten. Und das weiß ich aus der Vergangenheit aber auch schon, dass ich da wirklich gut regenerieren kann, auch innerhalb von einer Minute und ganz gute Lifts hinbekomme. Die haben sich deutlich schwerer angefühlt, als natürlich, wenn das Workout vorher nicht vorgeschalten gewesen wäre. Das war natürlich Sinn der Sache. Und ich hatte mir so ein paar Zahlen zurechtgelegt, was ich in dem Komplex so bewegen möchte. Und ich musste dann da ein bisschen runter von den Gewichten, weil ich einfach sichere Lifts machen wollte. Am Anfang, ich habe in den 6 Minuten 3 Lifts gemacht, alle ins Ziel gebracht. Am Ende mit 115 bin ich dann dran gestanden und der war wirklich schwer, der letzte trotzdem erfolgreich. Ich wollte an sich Richtung 120 gehen. Das weiß ich aber nicht, ob sich das hergegeben hätte. Hätte man nochmal auf Risiko gehen können. Man musste aber innerhalb der 6 Minuten den Komplex finishen und konnte nicht bei 5,59 wegheben und dann noch in Ruhe fertig machen. Es lag sicherlich am Zeitmanagement, war aber auch okay, wurde vorher kommuniziert. Genau, und dann da war ich schon ordentlich platt und die Pause zwischen dem ersten und dem zweiten Workout und dem zweiten und dritten Workout waren ungefähr so 2 Stunden. Das Hotel war ganz in der Nähe und da konnte man auch gut relaxen. Also innerhalb des Gebäudes gab es dann auch so Chill-Area und Warm-Up-Area und man wurde versorgt mit Obst und das mit Wasser und so weiter. Also wirklich, von vorne bis hinten ein durchweg professionell organisiertes Event. Ich werde definitiv nächstes Jahr wieder hingehen, habe mich mit den Betreibern und den Ownern und den Leuten, die dort vor Ort sind, auch zwischen den Workouts, meistens danach gut unterhalten und habe da auch nochmal meinen Dank ausgesprochen, dass die Orga wirklich hammermäßig war. Für das, dass es auch so ein kleines Team ist, also auch danke nochmal an dieser Stelle an die ganzen Volunteers, Helfer, Judges. Die Judges waren wirklich auch Hammer, die haben richtig gut motiviert. Das hat echt sehr, sehr viel geholfen. Das war coole Musik, es war eine gute Stimmung, es waren auch Zuschauer da. Die haben ordentlich gepusht und also wirklich ein durchweg, ich würde fast sagen, perfektes Event. Dann ging es, wie gesagt, zwei Stunden später ins zweite Workout rein und da durften wir dann Double-Unders springen, Snatchen, Overhead-Squatten und Handstand-Push-Ups machen. Also das war alles sehr schulterlastig. Die Double-Unders wurden pro Runde weniger. Man ist von 60 in 10er-Schritten bis 20 runter. Wir hatten eine 50 Kilo Barbell für die Snatches, für die Overhead-Squats und die Handstand-Push-Ups, also musste man dann aufbrechen in kleinere Sätze. Es waren zwölf Minuten M-Rap, das war zäh, da mir aber Double-Unders liegen, da ich Snatches liebe, Overhead-Squats auch gut funktionieren und Handstand-Push-Ups auch, war das ein Workout mit Skill-Movements, die ich gut beherrsche und durch die ich gut durchgekommen bin. Das hat man dann nachher im Ranking auch gesehen, dass ich da im Vergleich zu den anderen Athleten gut abgeschnitten habe, gut Punkte gesammelt habe, wobei ich natürlich nichts über die anderen Athleten sagen kann, außer das, was ich an dem Tag gesehen habe. Also, was die für eine Crossfit-Vergangenheit haben oder ob das der erste RX-Wettkampf für die war oder wo die stehen. Klar, man vergleicht sich mit den Teilnehmern. Ich hatte da meistens einen Teilnehmer. Wir waren immer auf den gleichen Lanes. Ich hatte einen Konkurrenten, der neben mir war, der ähnlich stark war wie ich. Mal war ich ein bisschen besser, mal war er ein bisschen besser. Wir sind nachher, glaube ich, auch nur einen Punkt auseinander gewesen im Gesamt-Ranking. Und wir haben uns gegenseitig schon gut gepusht, sowohl im Warm-Up als auch während des Workouts immer so ein paar motivierende Worte zugeworfen. Das war auch wirklich sehr cool. Klar, wir sind da Konkurrenten, allerdings freundschaftlich. Und klar, vergleicht man sich. Man schaut ins Leaderboard rein, wo stehe ich gerade und so weiter. Und ich nehme es schon mal vorweg. Ich habe dann nachher den 10. Platz gemacht, war zwischendurch mal auf, nach dem ersten Tag am Freitag war ich auf 11. Dann war ich nach dem ersten Workout am Samstag auf 8. Dann war ich sogar auf 7. Nach diesem Workout hier und am Ende war es 10. Also durchweg gut, ist schwierig zu bewerten. Zwischen dem 7. und dem 10. Platz waren allerdings auch nur ein, zwei oder drei Punkte Unterschied. Also wirklich sehr eng beieinander. Die ersten drei Plätze haben sich deutlich abgesetzt. Die haben auch starke Lifts gehabt und haben auch starke Zeiten gehabt bei den Workouts for Time. Das konnte man sich dann nachher anschauen. Aber wie gesagt, keine Ahnung, was die Jungs da für eine Vergangenheit haben, wie viel Input die haben, wie die trainieren. Man vergleicht sich natürlich, weil man das immer macht. Und mit einem Leaderboard sollte das aber nicht überbewerten, sondern einfach schauen, was konnte ich abrufen. Und wäre da mehr gegangen, habe ich da Fehler gemacht, strategische. Und das ist an sich die bessere Bewertung. Das letzte Workout war dann dementsprechend hart, weil es einfach das letzte Workout war und weil einfach schon auch sehr viel Beine gemacht wurden. Also sowohl beim Cardio Freitag als natürlich auch bei Workout 1 und 2 waren beides ja mal Squats dabei. Einmal Front Squats und einmal die Overhead Squats. Und im letzten Workout durften wir dann noch aufs Rudergerät als Buy-in. Also auch nochmal schön beinlastig, die ersten 40 Kalorien. Und dann gab es Devil's Press und Toast-to-Bar. Devil's Press mit zwei Dumbbells, 22,5. Und ja, 10, 9, 8 waren die Wiederholungen. Toast-to-Bar waren 18, 16, 14. Das war auch ein enges Timecap mit 8 Minuten. Das habe ich knapp nicht geschafft. Da waren dann einige nochmal, die haben es gefinisht. Einige haben es auch nicht gefinisht. Das war auf jeden Fall, falls ihr meine Instagram-Videos und meine Readers gesehen habt, eine heftige Quälerei nochmal. Da war wirklich auch der Judge sowas von wertvoll. Ich hatte den weiblichen Judge. Ich kann mich leider nicht an den Namen erinnern, aber die hat immer, wenn ich auf dem Boden gelegen habe, beim Devil's Press hochgerufen. Und wenn ich oben war, runter und hoch und runter. Also die hat wirklich ordentlich gepusht. Das hat extremst viel geholfen. Da bin ich auch nochmal dankbar. Und da hat man sich dann nochmal da durchgequält. Und ja, also wenn dann, könnte ich vielleicht sagen, dass das letzte Workout nicht optimal gelaufen ist, weil ich es nicht im Timecap geschafft habe. Aber ja, die Frage ist, ob man das hätte schaffen können mit einer anderen Strategie, mit anderen Pausenzeiten oder ob das wirklich die Leistung war, die halt momentan jetzt so im Raum stand und die ich gar nicht anders hätte besser machen können. Deswegen tue mich immer ein bisschen schwer zu sagen, wie zufrieden bin ich. Ich bin im Großen und Ganzen schon zufrieden und kann eigentlich auch nicht sagen, dass ich da irgendwas jetzt hätte viel besser machen können oder dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Also ja, sagen wir, das war ein guter Wettkampf. Ob die Platzierung das aussagt, ja. Ich habe mich mit den RX-Jungs gemessen, obwohl ich das gar nicht müsste, weil ich ja in der Masters-Kategorie drin bin. Das war definitiv auch eine gute Erfahrung. Da waren wirklich ein paar gute Jungs dabei, gute Konkurrenz. Ich habe ein paar gute Kontakte geknüpft und freue mich, noch mehr Wettkämpfe in Deutschland zu machen, weil man muss ja nicht immer ins Ausland fliegen, aber es liegt einfach daran, dass es mehr Angebot in unseren Nachbarländern gibt oder auch ein bisschen weiter weg. Und ja, ich freue mich aber natürlich, wenn ich noch ein paar Wettkämpfe hier in der Gegend machen kann und vor allem Süddeutschland, weil manche sagen ja, es gibt in Süddeutschland nicht so viele gute Crossfitter. Da sehe ich nicht so. Ich sehe da viele gute Jungs und auch Frauen. Da waren auch sehr gute Frauen dabei. Manche haben aus der Schweiz angereist, haben da auch das Workout in der Box gemacht und da haben wir uns auch ausgetauscht. Ja, also das hat sozusagen dann den Samstag abgerundet und Tobi und ich sind da ganz positiv rausgegangen, hatten wirklich sehr viel Spaß, weil, wie gesagt, wenn eine Veranstaltung gut organisiert ist, dann macht es immer Spaß. Und die haben wirklich an alles gedacht. Also die haben am Ende dann auch nochmal sich bedankt, auch bei den Athleten, bei den Zuschauern, ja, bei der Bar draußen, die uns mit Getränken versorgt haben, bei den, und wir haben uns natürlich extremst bedankt, bei den Judges, bei den Leuten, die da mitgeholfen haben, alle, die da beteiligt waren. Also das war wirklich sehr gut. Wir haben ein cooles Goodiebag bekommen mit einem Getränk drin, mit einem Shaker von den Sponsoren, mit einem Shirt. Die Podiumsplätze haben coole Preise auch gewonnen von den Kooperationspartnern. Also danke nochmal in diesem Sinne und da kommen wir auf jeden Fall wieder und wünschen wir noch mehr solche Events. Ja, also das hat das Wochenende abgerundet. Jetzt bin ich gerade in der Regenerationsphase. Die letzten Tage habe ich jetzt eher lockeres Training gemacht und den Körper nochmal ein bisschen ausruhen lassen, weil klar, nach so einem Wochenende spürt man natürlich alles so ein bisschen, alles insgesamt, viel Beine, aber auch natürlich Rumpf und unter dem Rücken, alles stabilisierende Muskeln und da ist es natürlich auch wieder schlau, wie man mit Supplements und mit Schlaf und Regenerations-Tools wie Blackroll und Trigger-Bälle und Shakti-Matte und so weiter umgeht, dass man da wieder schnell ins Training wieder einsteigen kann und ja, das hat ganz gut geklappt. Heute wird der erste Tag sein, heute Mittwoch, wo ich dann wieder in den normalen Trainingsplan einsteige. Ich bin ja weiterhin bei The Pace Programming mit dabei und bedanke mich auch, dass ich da vorab ein paar Tipps holen konnte und da kann ich immer drauf zurückgreifen. Da war jetzt zwar keiner vor Ort, aber das ist auch eine weite Entfernung von Hamburg darunter. Das würde ich ja niemals verlangen. Aber vielleicht schaffen wir es ja trotzdem, dass wir uns mal auf einem Wettkampf da sehen, dass ich mal die anderen The Pace Athleten kennenlerne. Ich kann auf jeden Fall nur sagen, dass dieses Programm für ambitionierte Functional Fitness Athleten, Crossfit Athleten nur zu empfehlen ist. Da gibt es zwei Versionen davon. Kommt drauf an, wie viel Zeit ihr euch nehmt und gebt in der Woche, wie viele Sessions ihr machen wollt und ich bin da wirklich sehr happy, habe mich gut weiterentwickelt und freue mich da noch weiter dran zu wachsen und an meinen Schwächen zu arbeiten und weiter mich zu entwickeln mit den Skills, mit den Movements und kann da auch immer auf Feedback zurückgreifen. Also ich habe da zwar nichts davon, wenn ihr da bei dem Programm einsteigt, so monetär oder so, aber ich empfehle es gerne weiter, weil es einfach ein gutes Team ist und die auch eine sehr gute Arbeit machen und ich davon nur profitieren kann. Alles klar, dann haben wir es geschafft. Wieder knapp 30 Minuten. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt. Denkt dran, mich nochmal zu supporten. Ihr könnt gerne die Show hier mal bewerten bei Spotify, bei Apple Music, wo auch immer ihr den Podcast hört und wenn ihr Fragen dazu habt oder so, dann kommt immer gerne auf mich zu. Wenn ihr mich persönlich kennt oder wenn ihr mich irgendwo mal seht, dann sprecht mich gerne an. Ich höre immer gerne Feedback zum Podcast und freue mich da noch weiter dran zu bleiben und habe schon den nächsten Gast organisiert. Das wird hoffentlich nächste Woche dann über die Bühne gehen. Nochmal ein Thema, das wir hier noch nicht so vertieft haben. Also freut euch drauf, dann in der nächsten Folge. Kleiner Spoiler hier nochmal, ein kleiner Teaser und ja, bleibt mir treu und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank. Coach AZ verlässt das Gebäude. Bye, bye.